Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 31. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 862 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Pixel A4, Telegram, TikTok, Quartalszahlen und Bosch Smart Home. Eigentlich lassen wir uns nicht so stark auf diese Gerüchte-Geschichten in diesem Internet- und Technik-Zeugs ein. Doch jetzt hat es Google selber ein bisschen verraten. Das Datum oder der Startdatum von Pixel 4a. Dieses Smartphone soll nämlich am 3. August erscheinen und oder vorgestellt werden. Somit zwei Tage bevor Samsung sein Event hat und wir dürfen gespannt sein. Es gab einen kleinen Spoiler mit so Blau-Rot-Gelb-Blau-Grün-Rot oder in dem Sinn Link dazu, wie immer in den Shownotes auf daily.geek Talk oder in Podcatcher-Reis-Vertrauens zum Anklicken und nachlesen für all diejenigen, die es interessiert. Weiter geht's mit Telegram. Die reihen sich jetzt auch in diejenigen Firmen ein, die Richtung Apple schiessen bezüglich des App Stores. Neben dem, dass in den letzten Tagen vor allem, ach was war das, Epic Game Chef, dessen Namen mir gerade nicht mehr einfällt, heftig geschossen hat Richtung Google und Apple, also in beide Richtungen, kommt jetzt Telegram, die sich gemeldet haben, die anscheinend im Jahre 2016 ein Spiele-Store, also eine eigene Spiele-Plattform in Telegram drin aufbauen wollten, das aber nicht durften und auf die Gefahr hin, nicht aus dem Store zu fliegen, das Ganze nicht umgesetzt haben. Sie möchten jetzt Apple dazu gezwungen sehen, einen offenen Store anzubieten, sodass jeder seine Apps aus dem Web irgendwo runterladen kann. Grauen, grauen, irgendwie. Aber ja, mal schauen, wie weit das kommt. Ich mag ja Telegram, aber soweit hoffe ich, kommt es nicht. Dann geht es weiter mit TikTok und die sind natürlich im Hintertreffen da in mehreren Ländern schon gesperrt und die USA wettert ja sowieso, also Trump in Richtung China. Die machen jetzt einfach einen ganz coolen Schritt vorwärts. So hat der TikTok-CEO Kevin Mayer in einem Blogpost bekannt gegeben, dass sie bald schon den TikTok-Algorithmus öffentlich legen möchten. Nun, das ist natürlich eine geile Geschichte. Wenn sie das tun, dann geraten Facebook, Twitter und Co. ins Hintertreffen und müssen auch reagieren. Ich hoffe für uns alle und auch eben für Facebook und so weiter Nutzer, dass dies TikTok wirklich durchzieht und uns das Ganze zeigen wird. Wäre auf jeden Fall toll und dann wüsste man, wie der Algorithmus läuft, aber wüsste auch, weshalb das Ganze so funktioniert. Und eben, was vielmehr noch wichtig ist, Facebook und Co. wäre da auch gezwungen oder fast schon gezwungen, etwas zu tun. Chapeau TikTok. Weiter geht es mit Quartalszahlen. Da hat Google nicht ganz so brilliert. Der Alphabet hat insgesamt rückläufige Zahlen zu vermelden. Bei Apple schaut es doch deutlich anders aus. Man hat nämlich trotz Corona ein starkes Plus verzeichnen können. Und zwar so stark, dass sogar das Quartal 3 vom letzten Jahr übertroffen hat, was ja damals schon ein Rekordquartal war. Also was lernen wir daraus? Apple gilt es gut. Apple macht vorwärts. 10,9% ging es im Vergleich zum Vorjahresquartal hoch. Die genauen, detaillierten Zahlen könnt ihr nachlesen. Dazu haben wir den Mac Prime Artikel verlinkt, der das Ganze immer sehr genau auseinander nimmt. Und für all diejenigen, die investieren möchten, aber der aktuelle Preis zu hoch ist, Apple splittet die Aktie und macht somit mehr Möglichkeiten. Und wahrscheinlich dann schlussendlich auch wieder noch mehr Gewinn bei der nächsten Vermeldung. Zu guter Letzt habe ich noch was Externes von Bosch Smart Home, aber gleich wieder Apple Betreffendes. Die Bosch Smart Home Produkte sind ja gut verarbeitete und interessante Produkte, aber waren in dem Sinn, in Anführungsschlusszeichen, in ihrem eigenen Ökosystem zu Hause im Januar angekündigt. Jetzt umgesetzt, per 13. August werden die Produkte Apple HomeKit fähig. Was heisst, dass man die da einbinden kann, in die ganzen Abläufe mit integrieren kann, die in die Automation etc. Somit wird erstmalig möglich sein, dass man auch die Geofencing-Geschichten besser hinbekommt. Es gibt aber weiterhin Dinge, die nur der Bosch eigenen App hinterlegt, also möglich sind, weil das HomeKit noch nicht unterstützt und oder Bosch das da drin lässt. Somit weiterhin eine spannende Plattform und kann das Ganze jetzt eben nicht nur mit den anderen beiden Assistenten steuern, sondern neu auch mit Siri ansprechen, Apple HomeKit etc. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Geniesst ihn, er wird heiss und es wird noch heisser Richtung Wochenende. Aber die Abkühlung ist auch schon im Anmarsch in diesem Sinne. Nächste Woche ist, wenn alles klappt, der Achim wieder für euch da. Ansonsten allen Schweizer natürlich morgen einen schönen 1. August. Geniesst den Nationalfeiertag und den deutschen und österreichischen Hörern auch ein schönes Wochenende. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.